Wie hab ich jetzt schon? Ja. Wieso kann ich kein... Hä? Hallo? Oh, wir brauchen sechs. Aus sechs Kupfererze macht man einen Barren. Oh. Der ist ja nicht wie in Minecraft. Wupsi. Steiner muss. So, kann ich das Kupfer mal zurückpacken? Jetzt haben wir vier Barren. Die müssen wir im Rennofen machen. Sie machen bitte einen Rennofen. Machen Sie mal einen Rennofen. So, was brauchen wir denn? Lehm. Felsen. Aber immer noch kein Felsen. Wie kommen wir denn an Felsen dran? Okay, dann machen wir das später. Hab ich gerade festgestellt. Okay, Kupferbarren haben wir jetzt. Kriegen wir nochmal fünf dazu. Wow. Wir sind ja so göttlich, ne? Also ist ja wohl mal... Wow. Wir kriegen fünf Tier heute dazu. Wow. Und nochmal drei Tier heute. Wow. Kupfermesser. Stell ein Kupfermesser her. Warum? Reise nach Totenacker. Das ist hier. Das ist aber weit. Stehenbleiben. Blockiere Angriffe. Blockiere Schaden mit dem Schild. Fünfzig. Oh nö Ich soll mir ein Stirnband bauen Wut? Warum das denn? Bin ich ein Hippie? Äh Ich möchte dich jetzt töten Sündenbock, töte eine Ziege Hexen 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 Okay, wir müssen eh Nahkampf ist ja eh mit dem Dings Wie machen wir jetzt ein Dings? Warte mal, eben, äh, Kupfer Was müssen wir machen? Messer, Kupfer, warte mal, Messer Ja, Meser Haben Sie auch ein Meser? Haha, schreib's dreimal falsch, Alter Steinmesser, Kupfermesser, danke schön Vier Kupferwaren, Alter Das ist aber teuer Ja Ja Wo ist der Kupfermesser jetzt? Schauen wir das mal auf die 1 Das ist unsere Stechwaffe Wo ist unser kleines Steinmesser? Das ist hier Qualität 112%, Haltbarkeit 208, 300, Fertigkeit Messer, Schaden 1 bis 5, Angriffsgeschwindigkeit 100%, kritische Chance 15, kritischer Wert 300%, Wett, 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 Wett So, warten wir mal jetzt Erkunde die Umgebung, blockiere Angriffe mit dem Schild, Stirnband, Sündenbock, Kille eine Ziege Ja, Körder, wollte ich dann sagen Körder müssen wir später gucken So Können wir nochmal drüberlegen Wir können das noch, warte mal, loswerden Äh, pass mal auf, wir machen das mal so Wir packen das Holz mal, weil wir keine Lagerkapazitäten haben Ähm, ins Feuer Das packen wir rüber, dann können wir nämlich die Kupferwaren hier hinpacken Können wir eben, die Pilze müssen wir gleich nochmal untersuchen, ne Ja, vergiftet, habe ich verstanden So, zu essen haben wir genug mit Äh Achso, das packen wir mal eben das Lagerfeuer, ist ja okay Hallo, mach doch mal auf Wir machen schon mal die Tür auf Wir machen schon mal auf, da, ey Das ist ja voll verschlossen Dann pass ich hier oben einfach mal das Fell rein, ne Ich hoffe jetzt nicht, dass wir irgendwann Fell brauchen, du Wir machen jetzt einfach mal Leder Ne, du Du, mach mal Leder, ne Du, du, du Ähm Die Frage ist Mit welcher Hand benutzen wir denn Äh Das Schild Anlegen Aha Und wenn wir jetzt das Messer nehmen Warte mal Wie benutze ich denn das Schild Ähm Shift Nö Leertaste, springen wir nochmal über Steuerung Tab Nö, Tab Ach, Tab ist Inventar Guck mal Wie cool ist das denn W-e-e Nö Ja, das Laufen Äh Achso, da kann ich nehmen und wieder ablegen Wie benutze ich denn das Schild, Alter Mitte Warte mal Ich habe nur zwei Moistassen, ne Hm Wir haben leider keine Ja, Dings Zurück Ja, nicht beenden Ich bin ja gerade hier voll im Erfolg Wie benutze ich denn jetzt das Schild Boah, Alter Kann der sich mal eine Hose kaufen? Das ist unglaublich, ne Wie blockiere ich denn Aktionen Was? Haha Haha Ja, geil I'm a Disco Dancer I am 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 a Disco Dancer Ich bin Russe Guck mal, Kasachok Hey Wuh Hm Come on, Mr. Vane Come on, Mr. Vane Hey Wuh Oh 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 Sexy Hey Hey Was ist das? Buh 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 Ey Ey Hip-Hop Ey Hip-Hop Ey Und Yeah Hüfte, Hüfte, Hüfte Und Bumsen Und Bumsen Und Bumsen Danke Ich will jetzt bitte wieder aufhören Unglaublicher Typ Aber ich weiß immer noch nicht, wie wir das Schild benutzen Trotz knappen Höschen Aktionen Warte mal Was machen wir hier? Rückwärtssalto Warte, ist das? Be- Ne, hallo Verbeugung mit einer Hand Verbeugung mit beiden Händen Wow Weinen Bitte greifen Sie mich an Äh Bili 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 Kopsalat Watt? Ach, Kopsalut Obst Wie Herz Sch- Herzsalut Hurra Ich hab jetzt echt Uhre gelegt Hurra Ja Wow Mit Hüfte Guck mal Mit Hüfte Mit Mit linkem Arm Am Hüftknauern Guck mal hier Hurra Hurra Kuss Schlachtruf Haben wir noch nicht Okay, das haben wir schon Ziegen Zeigen Also Dehnen Warum braucht man das? Reden Blöckblöckblöck Winken Gähnen Häää Komm nur einmal und Bumsen und Bumsen und Bumsen. Dankeschön. So, kriegen wir jetzt raus, wie wir das mit dem Schild machen? Ich glaube nicht, ne? Also ich zumindest nicht. Das ist aber sehr schade. Wie kriege ich das denn hin? Sag mal, können wir dem keine Kleidung machen? Das nervt mich jetzt wirklich. Gucken wir eben nach Hose oder sowas. Doch können wir, guck mal. Lederhose. Oh. Da müssen wir noch ordentlich arbeiten. Ja, da müssen wir noch viele Tiere töten. Wie machen wir das denn? Kuh? Also, WHS ist klar. Wenn ich die Festschill-Taste, dann rennt er automatisch. Das ist eigentlich Laufen. Wenn ich jetzt Shift drücke, läuft er langsam. Und so ist er halt im Dauerlauf, wenn ich dann laufe. Aber wie schütze ich mich denn? Yeah, I am way too weak. Wir killen mal eben eine Ziegel. Das müssen wir sowieso machen. Wir sammeln jetzt mal nichts, außer wir finden natürlich Kupfer. Das ist aber klar. Kupfer nehmen wir auf jeden Fall mit. Der Rest lassen wir alles hier. Großes Kupfervorkommen. Ist das anstrengend. Guten Tag. Felsbrocken. Felsbrocken. Wir brauchen eine Ziege, ne? Hat er gesagt. Hat er gesagt. Wir gehen schon mal auf die zwei. Und mit einem Bogen nehmen. Äpfel haben wir genug, glaube ich. Eine 41 oder sowas. Wo ist denn meine Ziegel? Oh, warte mal. Oh, das geht ja mal gar nicht. Stamm. Wer schreit? Wer schreit hat Unrecht. Wer schreit hat Unrecht. Oh, ehle Ziege. Nein, du sollst kein Holz fällen, du Pimmel. Mann. Voll der Penis, ey. Es sind überall Häuser. Wieso bauen die eigentlich alle hier mitten im Wald? Ihr seid voll die Vorunkel. So. Wo waren nochmal die Tiere? Hä? Da machen wir keine Tiere mehr. Pilz. Da kommt jemand. Geh weg. Ich sammle Pilze. Ich bin brav. Guck mal hier. Hm. Na? Mach dich das nicht an, du kleiner Lümmel. Ach, die wohnen hier alle zusammen. Guck mal, da ist auch noch ein Feuer. Hier ist ein Bett. Haufen Steine. Nein. Sammel Pilze ein, du Blödmann. Ich finde keine Ziege mehr. Äh. Ich weiß nicht, was ich jetzt gesammelt habe. Aber ich habe mal gesammelt. Wir gehen mal nach oben. Ja, einen Hasen brauche ich nicht. Fuchs auch nicht. Ich bräuchte ein Zicklein. In einem Zicklein helle. Dü, 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 dü. Brennt launisch meine Pfeile. Moment. Das hat mir überhaupt keinen Sinn. Das Stirnband war, glaube ich, zu teuer, ne? Rothaut Stirnband. Rohhaut. Rohhaut Stirnband. Ach so. Ähm, Stirn. Wofür brauche ich denn das Stirnband? Rohhaut. Stirnband. Ah. Aus drei. Ach nein. Rohhäuten. Nein, Hilfe. Danke. Man kann ja immer nur ein Feld trocknen. Wie heißt das Teil? Ähm, kleines Trockengestell. Können wir von zwei. Obwohl, na ist ja egal. Komm, sonst hätte man ein zweites gemacht, ne? Ähm. Juhu. Haben wir jetzt angelegt, ne? Oder? Wo ist es denn? Haben wir jetzt angelegt? Hä? Sieht man das nicht, wenn wir das anhaben? Ne, anscheinend nicht, ne? Ich glaube, wir haben ein kleines Stirnband. Kann das sein? In unserer wilden Frisur. Früsur. Gut. Das haben wir erledigt. Stirnband. Kupfermesser. Kupfermesser. Lockiere Angriffe. Sündenbock. Armschienen herstellen. Ah, Rohhaut-Armschienen. Oh, wir machen uns mal eben eine Uniform. Warte mal. Wir haben ja noch 24 Rot heute. Äh. Hallo. Ich meine natürlich Rohhäute. Äh. War, glaube ich, klar, ne? Wieviel brauchen wir Armschienen? Können wir jetzt die ganze Uniform machen, oder was? Arm. Schuhe. Muss man in Schuhe. Schuhe, Schuhe. Rohhaut. Ländenschutz. Oh. Wenn das nicht mal erotisch klingt. Ähm. Ja, müssen wir auch machen. Dachte ich mir doch schon. Genau. Ähm. Rohhaut. Ländenschutz. Sechs Stück haben wir. Super. Rohhaut Weste. Woraus machen wir mal? Ich denke, das wird einfach aus Rohhaut sein, ne? Rohhaut. Äh. West. Rohhaut Weste. Wieviel brauchen wir? Sieben Stück. Die haben wir doch noch, ne? Ja, acht haben wir sogar. Guck mal. Ähm. Ich laufe gleich einfach nochmal erotisch bei den anderen Zelten vorbei, dass sie meinen Körper sehen. Mein Sixpack und meine Definition der Muskulatur. Und dann ziehen wir uns erst an. Verstehst du? Was war das denn jetzt? Der knallt nicht rum. Damit die nochmal so richtig jähl werden, weißt du? Dann werden die so richtig jähl werden, die. Die Säue. So. Ausweichen. Vermeide Schaden durch Ausweichen. Mit leichter Rüstung. Was? Große Tierhäute. Sammle mittlere Rohhaut. Ja, gerne doch. Ich glaube, wir packen mal eben kurz die Rohhäute hier raus. Wohl. Wir haben elf Stück noch übrig. Okay. Wo packen wir die jetzt rein? Wir haben keinen Platz mehr. Du hast mein Herz geklaut. Warte mal, können wir das vielleicht einfach mal in den Ofen? Hallo? Dankeschön. Ach so. Wir machen das natürlich nicht. Wir lassen natürlich die Erotik beiseite, weil wir natürlich Vollprofi sind. Wie sehen wir denn jetzt aus? Wie sehen wir denn sexy aus? Ja, guck mal, ist doch nicht schlecht. Schicke Beinchen. Oh, guck mal, wir haben Bauch frei. Hey. Ein bisschen erotisch ist immer. Jawohl. So, jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Sorry. Haben wir. Rohhaut. Ländenschurz haben wir schon gemacht. Ne, den haben wir ja oben. Rohr und Schuhe. Rohr und Armschiene. Rohr und Band. Rohr und Weste. Okay, das haben wir alles fertig. Schmuckherstellung. Ring. Oh, wir haben kein Eisen. Ne, haben wir alles nicht. Okay. Auf jeden Fall ist es schon mal eine Rüstung. Das heißt, wir müssen jetzt erst mal geschützt sein. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Moment. Wo war das? Guck mal, jetzt sieht das doch sexy aus. Hier. Wuh, 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 und yeah, Hip-Hop, hey, 50 Cent, yeah. Ich weiß, die neuen Rapper heißen alle anders. Lil-Dings und Lidl-Dings und kommen einmal und Bumsinn und Bumsinn. Dankeschön. Wunderbar. So. Ja, siehst du hier, aber, ne? Der Schlüppi kann aber immer nur draußen hängen. Jetzt habe ich vergessen, weil ich wollte vor lauter Erotik. Ähm. Okay, wir brauchen fünf mittlere Rothäute. Das heißt, wir müssen Hirsche töten. Wir müssen noch eine Ziege töten. Und ein Kupferschwert herstellen. Aus fünf Kupferbarren. Ja, aus einem. Das müsste möglich sein. Hallo. Hallo. Vielleicht können wir dann auch erst blockieren, wenn wir ein Dings haben. Wofür müssen wir denn Kupfermesser machen? Ah, zum Häuten. Ne, ist okay, zum Häuten. Ist okay. Also nicht aufregen. So, ich denke mal Kaffee. Achso, ein Schwert, ne? Ja. Das Spiel ist an Spannung nicht zu überbieten, möchte ich mal sagen. Wenn mir das mal klar ist. Sie machen uns ein Kupferschwert. Brenze können wir noch nicht machen. Wir müssen Brenze machen. Worauf machen wir denn Brenze? Können Sie mal sagen, woraus wir Brenze machen? Ein Kupferschwert. Wett? Sechs Barren? Das war teuer, das tat weh. Wir haben nur noch neun Kupferschwert. Ne, ah, guck mal hier. Ich hab schon 23. Kommt jetzt hier rüber. Wir haben 23. Die können wir einschmelzen. Ich denke mal aus zwei oder drei kriegen wir vielleicht einen Kupfer. Vielleicht aus 200. Das ist ja bei dem Spiel manchmal komisch. So, dann packen wir das mal hier hin. Jetzt haben wir ein Schwert. Ein Speer, ein Dings, ein Bums. Wir brauchen die Angel nicht. Kann man nicht, ah, ich hab keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich bräuchte einen Rucksack. Warte mal, ich gucke mal. Können wir hier einen Rucksack machen? Ja! Alter. Vergoldeter Juwelierdraht. Bronzenägel. Gehärteter Lederrucksack. Wow! Lederbehandlungsöl. Fellrucksack. Wir brauchen 10 mittlere Tierhäute. Kleine Tierhäute, 6 Stück. Und 4 Lederstreifen. Die Frage ist, wie viele Steckplätze gibt uns ein Fellrucksack? Also ich werde jetzt keine Aufgaben erledigen. Quatsch, natürlich nicht. Ich werde jetzt gucken, dass wir... Davon müssten wir genug, aber die müssen alle, äh, hier gegerbt werden, ne? Das hat Probleme. Das braucht ja ein halbes Jahrhundert. Geh mal da hin. Geh mal da hin! Davon hätten wir genug. Davon haben wir nur zwei. Achso, kleines trockengestellt. Ich will mal gucken, ob wir ein zweites machen können. Ähm, trock. Geh mal da hin. Wir machen noch mal eins, wir machen mal noch ein zweites, okay? Dann haben wir, wie viel brauchen wir jetzt von den Dings? Warte mal, in Wirt nochmal. Ja, reicht ja. So, haben wir mal drei trockene Stelle. So, da können wir nämlich mal die Häute hier rausnehmen. Das können wir hier rausnehmen und das halbieren wir mal eben. Genau, so, da müssten wir eigentlich pro ein kriegen, ne? Packen wir die mal hier rein. Nee, wo sind denn die da? So, zehn Minuten. Und dann machen wir noch eins, das packen wir hier rein. Auch zehn Minuten pro Dings, okay. Kriegen wir auf jeden Fall drei in zehn Minuten, genau. Okay, dann haben wir schon mal drei. Also ich würde jetzt am liebsten davon noch zwölf Stück bauen. Aber so viel Platz haben wir nicht mehr, wie wir gerade gesehen haben. Wir sind hier ziemlich begrenzt im Moment, genau. Also wir haben ungefähr bis hier, hier und hier. Den Rahmen haben wir. Das ist unser Gebiet. Da dürfen wir drin bauen. Ich glaube, da kann uns auch keiner was klauen oder so. Das geht, glaube ich, nicht. Deswegen machen wir jetzt mal drei Trockenfell-Gedingsbumse. Das müssen wir gucken, dass wir das aufkriegen. Aber ich weiß noch nicht genau, ich kriege noch nicht genau gebacken. So, was haben wir jetzt in unserem Inventor? Aber warte mal, gibt es so was wie Kisten? Sekunde mal eben. Holzkiste. Wer ein solches Spiel spielt, der braucht Platz. Stauraum. Es muss gesammelt werden. Hallo. Wo ist mein Schwert? Ich pimmel. Na, das ist aber mein Schwert. Du. Hä? Einmal. Zweimal. Oh, du musst aber echt... Warten. Aber wieso... Verteidig... Wieso macht der denn nicht Dings? Welche Taste habe ich jetzt? Ich weiß, es ist ätzend, weil ich das seit einer Stunde nach suche. Aber ich kriege es einfach nicht gebacken. Außerdem brauchen wir noch große Wildtiere. Ich glaube, die braucht gerade jeder, ne? Deswegen haben wir hier auch... Wie heißt das? Bleiben Sie mal hier. Ich kann sich mal nicht sagen. Oh. Das ist ziemlich dumm. Da ist doch ein Wildhirsch. Da war doch eine rote Haar... Oh. Ähm... Idiot! So, wir brauchen noch mittlere Dingsbums, ne? Alter, ich sehe nichts in diesem Scheiß, was... Oh. Darf man den? Jupp. Oh. Ja. Oh. Oh. lasst es bluten wurde freigeschaltet sehr freundlich wieso ist unser inventar ist so doof hallo das hat ich mal geordnet essen hier unten hallo wer hat euch erlaubt mein inventar durcheinander zu bringen wer ich frage euch wir wie hat das gesagt wir haben noch eingebraten die das noch gewann das fleisch auch gemacht nur im essen wenn wir den vierten hallo bitte nein natürlich nicht da müssen wir die noch untersuchen identifizieren du hast ein neues level erreicht dankeschön träubling das war doch die mischkultur ne das ist nicht das doch so können die sachen ja auch mal ruhig essen dafür sammeln was selber müssen jetzt nicht unbedingt die ganze zeit identifizieren dann haben wir noch mal dreimal kupfer wir können die ärzte wir müssen gleich mal gucken dass wir den rennhof an den rennofen können wir nicht machen ich bin voll und soweit habe ich die facken das schwert und messer ja ok hallo jetzt sehe ich den fuchs doch nicht mehr wieso komme ich den fuchs nicht dran hallo so so So. Aber wir brauchen immer noch einen großen Hirsch, ne? Ne, eine Ziege brauchen wir noch. Oh. Ne, du bist falsch. Das ist wirklich falsch. Da ist doch. Bitte häuten sie. Bitte häuten sie. Töte eine Ziege. Dankeschön. Große Tierhäute haben wir jetzt. Wie viel gesammelt? Wir brauchen noch fünf Stück. Zwei. Okay. Ne? Genau, die Ziege haben wir. Wir haben Fleisch. Was jetzt? Großziegenfleisch. Großraubtierfleisch. Ne, Eier haben wir jetzt. Eier haben wir zwei, ne? So, wir nehmen nochmal einen Pilz. Ist das jetzt einer, den wir schon hatten? Nein, natürlich nicht. Den müssen wir wieder identifizieren, ne? Ja. Wieso kann er sich denn nicht merken, wenn er den gleichen Pilz findet? Dass das der gleiche Pilz ist? Hä? Wie dumm ist das denn? Bitte.